Grüß dich Karo. Frage, könnte es sein, dass Bitcoin beim nächsten Run circa ein Jahr nach dem Halving zum Beispiel nicht mehr das alte All-Time-High knackt, weil zu viele Leute jetzt einsteigen und dann zu viel abverkaufen? Kann sein. Alles ist möglich, mein Lieber. Alles ist möglich. Nichts ist unmöglich. Es ist schwachsinnig, an dieser Stelle sich hier hinzusetzen und sagen, boah, nächste Bullrun wird eindeutig All-Time-High. Das ist das, worauf wir spekulieren. Aber kann es sein, dass es so kommt, wie du es sagst? Auf jeden Fall. Kann das sein, dass wir alle glauben werden, wenn sowas wie 2019 hier passiert, dass wir so eine Rallye haben? Kann sein, dass Leute das hier dann sehen und sagen, hey, wir haben, es gibt übrigens Ansichten von einigen Chartanalysts, die sagen, das hier war auch ein Bullrun. Und dieser Bullrun, der hat den Höhepunkt des 2017er-Tops nicht erreicht. Das gibt es. Also sowas ist in der Vergangenheit schon passiert. Es kommt natürlich darauf an, wie man sieht. Ich sehe einen Bullrun erst als Bullrun, richtigen Bullrun, wenn der das letzte All-Time-High geknackt hat. Für mich persönlich ist es kein Bullrun sonst. Aber das ist trotzdem ein starker Run, den wir hier gesehen haben. Trotzdem ein starker Run. Man mag es Bullrun auch nennen, ja. Dann ist es ein Bullrun, aber das hat den All-Time-High nicht erreicht. Das ist ein signifikanter Move nach oben gewesen. Wir haben hier von unten aus ungefähr 340% gemacht. Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig. Und ich glaube, keiner kann bezweifeln, dass das kein Run war. Danach sind wir eingesackt, Black Swan-Event, Corona-Phase und boom, dann kam das hier. Alle Male möglich. Alle Male möglich, dass wir hier sowas machen. Hier erstmal ein bisschen Wumpflaggen. Wow, schöner Run nach oben. Testen diese Bereiche hier an. Knicken nochmal ein. Testen diesen letzten Bereich hier ein. Und dann fängt der neue Bullrun an. Kann alle Male passieren. Kann alle Male passieren. Aber wenn das passiert, glaube ich nicht, dass es nach dem Halving passiert. Ich glaube, das wird vor dem Halving passieren. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.